WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR als Sie sehen hier ist 0 Wind Velocität als der Bordel stopt, wenn die Träte passen auf diese Träte wenn die Träte passen durch diese Träte, diese Träte starten und hier wir haben Geer Assembly, als Sie sehen, Geer Assembly und das ist die Motor, wir haben jetzt eigentlich Wir haben diese Motor, und jetzt ist es funktioniert und diese Strukture ist von Bile Steel und diese sind Aluminium-Foils und auf der Top, wie Sie sehen hier es ist mit dem Geer Assembly, mit dem Ball-Beric Strukture und hier ist ein Ball-Beric Strukture und diese sind Plastik, Geer Assemblies und jetzt ist es so ein Ball-Beric Strukture wie Sie sehen, die Wind Velocität sind 1.6, 1.4 und jetzt sind die Runde und jetzt ist es 1.6, 2.11 die Fläten 2.33 2.33 As you can see with velocity increases, speed increases. This is the point 11, it is around 150mA, 150mA. And you can see voltage 0.33V and if I go to the milli and as you can see 100mV.